Die Dunkelheit Das Böse fraß sich tief in ihre Seelen. Vom Wahnsinn getrieben schmiedeten sie einen Pakt mit dem Teufel. Zu später Stunde kamen sie zusammen, um gemeinsam die Mächte der Finsternis mit ihrem sündigen Mut zu rufen. Sie zu erlösen von ihrer sterblichen Existenz im Anbeginn einer neuen Welt vor Augen. Und so begab es sich, dass nach 100 Jahren das Böse wieder Fleisch geworden war. Als unsterbliches Geschöpf der Macht kann es die Gestalt des Wolfs, der Fledermaus oder des Nebens annehmen. Es labt sich am Blut der Menschen. Dracula, der Fürst der Finsternis, Herr des Teufelsschlosses, ist auferstanden. Die Dunkelheit Die Dunkelheit Die Dunkelheit Die Dunkelheit Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020